Guten Morgen! Also, ihr seht, ich bin tatsächlich nicht in einem neuen Wald. Also, ihr seht es noch nicht. Ich gehe wieder zurück zum alten Lager. Corona hat zugeschlagen, mein Kumpel ist krank und kann mir den neuen Wald nicht zeigen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Da muss ich immer ein Stückchen fahren. Das heißt, wir sind heute wieder im alten Lager und mein Plan heute ist, ich möchte eine Fackel bauen, wobei nicht nur eine, sondern verschiedene. Momentan habe ich vier verschiedene Möglichkeiten im Kopf, die ich gerne ausprobieren will, eine Fackel zu bauen, um Licht zu haben, wenn man sich mal bewegen möchte. Ich bin gespannt, was funktioniert. Dazu muss ich jetzt noch definitiv Harz sammeln, weil alle diese Arten, die ich bauen möchte, brauchen Harz. Ja, schauen wir mal, was wir finden und wir sehen uns später. Ciao! Erinnert ihr euch noch an den Baum, den ich damals gefunden hatte, als ich auf der Kienschwan-Suche war. Ja, ganz viel Harz, was ich mitnehmen kann, ohne den Baum zu verletzen. Wichtig, ne? Nicht zu sehr rein, das braucht er ja noch zur Heilung. Aber das, was hier überhängt zum Beispiel, das nehmen wir definitiv mal so mit. Weiter geht's. So, der eine Baum war jetzt so ergiebig, beziehungsweise der Naim war noch so ein kleinerer, dass ich gar nicht mehr sammeln muss. Ich denke mal, das wird reichen für meine Projekte heute. Ich bin gespannt. Ich gehe jetzt Richtung Lager und schaue mal, ob ich zufällig auf dem Weg noch was finde. Ansonsten hole ich euch wieder dazu, wenn wir dort sind. Bis gleich. Wofür nehme ich eigentlich Handschuhe mit? Ich habe eh Handschuhe dabei. Erstens wäre es gescheiter, weil der Harz unglaublich klebt. Und zweitens schneide ich mich ständig, wenn ich es nicht habe. Aber ich lerne auch nicht dazu, ne? Na ja, weiter geht's. Schaut euch mal den Baum an. Ist da ein Harz noch dran? Das ist ein Ich habe eh schon ein bisschen rausgeholt. Und gleich daneben. Aber meine Dose ist schon voll. Lass sich das an, dass da noch Harz hängt. Den muss ich mir unbedingt merken. Davon kann ich noch einiges mitnehmen, beim andermal. Weil ich will irgendwann auch mal eine Pechsalde machen. Und der nächste. Vielleicht daneben. Also ja, die Stelle darf man sich mal merken. So. Also, ich habe definitiv genug Harz. Und jetzt aber wirklich. Eine Sache würde ich gerne noch finden, die ich noch brauche, für eine fünfte Fackel. Bis jetzt habe ich es nicht gefunden. Ich bin gespannt, ob ich es finde. Bleibt dabei. So, im Lager angekommen. Also, womit möchte ich heute versuchen, Fackeln zu brauchen. Das sind die Utensilien, die ich dafür brauche. Eine Dose, die ist noch gefüllt. Einen Fichtenzapfen, ne? Nehme ich zumindest mal an, weil Tannen haben keine Zapfen, habe ich gelernt. Mit Birkenrinde und Kinspannen. Viele von euch wissen wahrscheinlich aus anderen Videos, das war früher tatsächlich so eine Art Kerzenersatz. Wachs war unglaublich teuer. Unglaublich schwierig zu kriegen. Nur durch Bienen. Und dann hat man solche Stücke geschnitten. Ich glaube, die waren tatsächlich aber ein Stück kleiner oder zumindest dünner. Hat sie dann in Kerzen gesteckt. Also in so Halterungen gesteckt. Harzen. Also Rußen natürlich wie Sau. Aber theoretisch müsste ich damit mit so einem etwas größeren Stück doch auch eine Fackel hinkriegen. Das heißt, meine Basis ist immer Harz. Dafür habe ich das Harz gebraucht. Ich werde jetzt mal das Allerwichtigste machen, nämlich Kaffee. Dann werde ich ein Feuer machen, weil mir hat die Süßkartoffel das letzte Mal so gut geschmeckt, dass es heute definitiv wieder Süßkartoffel gibt mit Käsekreiner. Genau. Und dann werde ich anfangen, die Fackeln zu bauen. Aber wie gesagt, erstmal Kaffee, dann Feuer. Und beim Fackelbau hole ich euch dann wieder dazu. Wir sehen uns gleich. So, die erste Fackel, die ich probieren möchte, ist mit Birkenrinde und Harz. Dazu habe ich hier ein Stück Holz. Das ist noch frisch. Da oben ist ein Baum umgefallen und hat noch einen kleineren mitgenommen und komplett abgerissen. Also der wäre sowieso gestorben. Das habe ich mir jetzt genommen, damit das Holz da an der Stelle nicht brennt. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, weil ich denke mir, wenn das Holz brennt, dann bricht es ab und dann fallen zu viele Stück runter. Weil der Plan ist jetzt hier, mit der Axt ein paar Risse reinzukriegen, wo ich die Birkenrinde reinstopfen kann. Ich hoffe, ich spalte ihn nicht zu weit auf. Also ich will die ja nicht bis unten spalten, sondern quasi nur im oberen Bereich. Und da kommt dann Birkenrinde rein mit ein paar Harzstücken. Ich habe einiges gesehen, einiges an Harz gesammelt. Und davon ist vieles auch noch so leicht feucht. Das heißt, das kann ich gut dazwischen schmieren. Ja, schauen wir mal, ob wir das Ding gespalten kriegen, ohne es komplett durchzuspalten. So schaut das Ganze jetzt aus. Und da werden wir jetzt die Birkenrinde dazwischen stopfen. Ich bin jetzt leichter und schneller als ich dachte. Hier oben haue ich vielleicht noch ein paar Keile rein, damit ich die Birkenrinde gut reinstopfen kann. Und die Keile hole ich wieder raus. Gut, ich hole mal die Birkenrinde und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Also, schauen wir mal, was das wird. Das ist nicht allzu viel Birkenrinde. Hat mich jetzt auch nicht ewig lang Zeit gekostet, um es zu sammeln. Aber ich denke, es wird reichen. Soll ich jetzt hier oben... Schauen wir mal, wie wir die Birkenrinde da rein kriegen. Ah, ich glaube, ich werde trotzdem da oben... Das ist nix. Trotzdem da oben so einen Keil rein machen. Ich glaube, das ist leichter. Oder wisst ihr was? Ich nehme das Harz und wickel das so ein bisschen ein. Hier so ein paar kleine Stücke. Die lege ich da rein. Und schiebe das dann da rein. Ich bin wirklich gespannt, ob und wie gut das brennt. Also, brennen wird es. Davor habe ich dieses Birkenrinde. Natürlich brennt das. Aber die Frage ist ja, wie lang? Die مشẩnungen sind doch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, so schaut die Kiste jetzt aus. Ihr seht, da oben ist einiges an Harz reingedrückt, reingeschmiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut die brennt und ob sie überhaupt lang genug brennt, um sie Fackeln nennen zu können. Also das ist jetzt im Prinzip fast ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also sprich, ohne Zivilisationshilfmittel. Ja, ich habe es jetzt mit der Axt gemacht, aber die Spalten könnte man auch anders reinkriegen. Okay, gehen wir zur nächsten Fackel. Für die nächste Fackel habe ich mir wieder ein grünes Stück Holz geholt, ein sehr viel kleineres. Das werde ich jetzt ähnlich wieder spalten. Das ist von oben ein Stück Fichte, Tanne. Und da möchte ich den quasi irgendwie einspannen. Tannenzapfen, nein, Fichtenzapfen. Tannen haben zwar Zapfen, aber lassen sie nicht auf den Boden fallen, sondern die gehen quasi am Baum kaputt. Da gehen die einzelnen Stücke jeweils runter. Und deswegen, wenn du Zapfen im Wald siehst oder Bockerl, wie man in Österreich sagt, dann sind das immer Fichtenzapfen in dieser Größe. Genau, so, den versuche ich oben einzuspannen und dann rundherum mit Harz zu verschmieren. Ich habe ja übrigens ein klebriges Harz und das würde ich dazwischen kriegen irgendwie. Geil wäre es natürlich, ich könnte das Harz verflüssigen und das da richtig drin drehen. Mache ich es aber heute nicht. Ist mir zu viel Sauerei. Gut, dann spalten wir das Ding mal. Perfekt. Jetzt schauen wir, dass wir die Zapfen da reinkriegen. Dann sollen wir den vorher mit Harz verschmieren. Tun wir ihn erstmal rein. So, wenn man jetzt noch ein Stück Wurzel hätte, könnte man das nochmal drumherum machen, aber hält ausreichend. Jetzt Harz dran. Ich würde das gerne ohne Handschuhe machen. Ist zwar eine Riesensauerei, aber es ist eh schon wurscht. Gut, dann holen wir uns ein paar schöne schmierige Stücke. Ich hoffe, ich habe eben nicht alle aufgebraucht. Da ist eins. Sehr gut, das ist schön. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Kann man schön verschmieren. Das versuche ich jetzt mal so zwischen die Zapfenstücke zu tun. In der Hoffnung, dass das Harz dann nachher schön brennt. Und wenn es runterrinnt, quasi in die einzelnen, wie sagt man, Lamellen gehen. Das schaut schon ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie schnell das dann nachher brennt und vor allen Dingen, wie lange es brennt. Das Stück nehmen wir noch. Gut, soll mir reichen. So schaut das jetzt aus. Und ja, die war sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell fertig. Jetzt kommt noch die wahrscheinlich schnellste, nämlich einfach nur ein Ast, wo ich ein Stück Kinspann oben reinstecke. Aber da hole ich euch jetzt auch wieder dazu. Kleinen Moment. Das ist das Stück Kinspann, was ich verwenden möchte. Das ist das, ja, der Ast, den ich verwenden möchte. Den spalte ich jetzt auch wieder, nur ganz, ganz leicht, damit ich einfach ein Stück Kinspann da oben reinstecken kann. Das muss gar nicht tief sein. Hält auch. Und mal schauen, ob das funktioniert. Das ist immer noch einfacher. Und jetzt kommt die letzte mit der Dose. Und was ich damit vorhabe, zeige ich euch gleich. So, was möchte ich jetzt als nächstes mit der Dose machen? Und warum schaut die Dose plötzlich so aus? Ich habe sie ins Feuer getan, damit da ja keine Feuchtigkeit mehr drin ist. Und ja, war wohl zu heiß. Macht aber nichts. Ist gerade noch mal gut gegangen. Ich möchte jetzt hier unten abschneiden, dass ich quasi so eine kleine Metalltasse habe. Die Metalltasse möchte ich dann wieder einspannen in ein Stück Holz. Ähnlich wie ich das mit dem Zapfen und auch dem Kinspannen gemacht habe. Und da einfach nur Harz reinlegen. Harz reinlegen und anzünden. Die Tasse ist quasi dafür da, damit das Harz, was sich verflüssigt, nicht runtertropft. Und ja, im Prinzip ist es eine Art Kerze, Petroleumbrenner, nur eben mit Harz. Mal schauen, ob es funktioniert. Das Messer wird mir jetzt danken, dass ich da mit Metall schneide. Aber da muss es jetzt durch. Messer schreit. Hört ihr das? So, das hat das Ganze jetzt aus. Ein Stück Holz brauchen wir noch, wieder zum Einspannen. Dann nehmen wir noch den Rest, den ich hier liegen habe. Schneiden wir uns ein Stück runter. Und spalten es auf. Das muss ich natürlich relativ weit runter aufspalten. Das heißt, ein kleineres Stück wegschalter gewesen. So, weil ich das nachher leichter biegen kann. So, da hauen wir jetzt gleich unten ein Stück Holz rein, damit das so schön breit bleibt. Aufpassen, dass es nicht bis unten durchreißt, wie gesagt. Funktioniert. Brauchen wir noch zwei kleine Keile für die andere Seite. So, und das ist jetzt da rein. Und das ist jetzt ein bisschen Friemüll. Cool. Hat funktioniert. Damit ist eigentlich auch die nächste Fackel fertig. Jetzt stecke ich die alle mal in den Boden nebeneinander. Und dann zünden wir sie an und schauen, wie lange sie brennen. Ich bin wirklich gespannt. Wirklich. Also ich glaube, das brennt am längsten. Aber da muss man halt auch am meisten aufpassen. Ich glaube, das geht am leichtesten aus. Die mit der Birkenrinde brennt mit Sicherheit am schnellsten und am hellsten. Aber mit Sicherheit auch am kürzesten. Beim Kienspannen habe ich keine Ahnung. Wobei leider der Kienspannen, glaube ich, geht noch schneller aus, wenn ich ihn bewege. Und der Tannenzapfen, da habe ich noch so gar kein Gefühl. Schauen wir mal. Also, wir sehen uns beim Anzünden. Also, da stecken sie. Und so zünden wir sie jetzt mal der Reihe nach an. Da habe ich jetzt Harz reingetan. Und schauen wir mal. Ich mache es tatsächlich mit einem Feuerzeug. Schande auf meinem Haupt. Aber mir ist das jetzt zu kompliziert mit dem, dass wir das Feuer halten und die dann da wieder reinkriegen. Ich möchte sie aber so nebeneinander stehen haben. Gut. Das wirken mache ich das jetzt als letztes an, weil ich glaube, dass das am schnellsten vorbei ist. Gut. Dann zünden wir mal an. Wenn zwar, aber es geht wieder aus. Ich glaube, der Kienspann wird am interessantesten. Das wird auch wirklich durchbrennen. Und bei dem wäre es gut, man würde den erst mal nach unten halten. Fremd noch. Fremd auch noch. Also, man muss dazu sagen, es geht weiter auch fast kein Wind. Ich glaube, den muss ich nochmal rausnehmen und nach unten halten. Das ist mal grundsätzlich. Anfängt zu rennen, aber schau doch mal den Haft an. Das sind jetzt gleich schon die Birka. So was, den Kienspann halte ich tatsächlich mal ins Feuer. Schau ihn mich mal an. Und dann. Das ist ja noch zu bringen, stehen zu bleiben. Heiken, heiken. Gut. Als nächstes, die Geschichte hier. Und da ist ja das Harz recht nass. Bin ich gespannt, was funktioniert. Ohne mir die Finger zu bringen. Das verbrennen am besten. Ja, das ist einfach. Das brützelt das Harz schon. Seht ihr das? Das braucht halt eine gewisse Temperatur. Das brennt aber jetzt brennt es. So. Und als letztes die Birke. Da mache ich mir keine Sorgen, dass sie schnell brennt. Harz. Mega gut. Kienspann auch. Mega gut. Oh, das klappt gut. Aber ja, das habe ich befürchtet. Also das, wenn man das in der Hand hält, muss man gut vom Körper weghalten. Gut, schauen wir mal, wie lange alles brennt. Los geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war am fackeligsten, mit der hätte ich wunderbar auch rumlaufen können Ihr habt gesehen, es war auch ein bisschen Wind, also die hat gut funktioniert Noch immer brennt tatsächlich das Ding mit dem Harz Klar, da ist wahrscheinlich auch am meisten Harz drin Es brennt dafür aber auch nicht sehr hell Ich weiß nicht, recht gut rumlaufen kann man damit glaube ich nicht Man muss es halt sehr gerade halten Generell, wenn ihr die Fackeln unterwegs dabei habt Natürlich immer vom Körper weghalten Weil es tropft das runter Ihr habt es glaube ich einmal gesehen Da ist ein Stück von dem Birkenfackel runtergetropft Und am Boden weitergebrannt Weil da noch Harz drin war Das hat relativ lang gebrannt, sicherlich ein, zwei Minuten Also da muss man höllisch aufpassen Das mit der Dose Das kann man glaube ich gut stationär irgendwo hinstellen Das brennt sicher noch eine ganze Weile Ich werde auf die Uhr schauen, wie lange es noch brennt Kurzes Update von der Harz-Fackelfront Die brennt noch immer Seit einer halben Stunde jetzt Zugegeben, ich habe hier und da ein Harz nachgelegt Also hier und da zweimal bis jetzt Nicht, weil es ausgegangen wäre Weil ich mir dachte, eigentlich ist das doch eine coole Sache Du kannst ja immer wieder Harz nachlegen Und das funktioniert tatsächlich sehr gut Es brennt nach wie vor nicht sehr hell und lichterloh Aber es brennt Und ich weiß nicht, ob wir das sehen können Ich versuche mal näher ranzugehen Da unten hat sich so ein richtiger Harz-See gebildet Der so gemütlich vor sich hin brennt Interessant wäre, was ist, wenn ich da jetzt irgendwie noch Ein saugendes Material, vielleicht ein Stück Holz rein tue Aber ich lasse es so, ich lasse es brennen Ich werde immer wieder Harz nachlegen Einfach um zu gucken, ob das vielleicht sogar die ganze Zeit brennt Solange ich hier bin Bis später Drei Stunden Drei Stunden brennt die Kiste jetzt Und ich werde mich jetzt aber langsam auf den Heimweg machen Und ich müsste es tatsächlich ausmachen Ich glaube nicht, dass das aufhört zu brennen Wenn ich ihn immer weiter nachlege Also geile Sache Und ich glaube, dass man damit theoretisch genauso gut auch Wasser Also das als Kocher verwenden könnte Coole Sache Und ich habe mir nachher gedacht Was auch eine geniale Sache wäre Ist, wenn man das irgendwie im Feuer heiß macht Ganz viel von dem Harz Und flüssig macht Und das dann über den Tannenzapfen gießt Und den so richtig schön trinkt Ich habe ganz, ganz bewusst keinen Stoff genommen Weil ich halt nur Dinge nehmen wollte Die man so in der Natur findet Und leider findet man Dosen auch in der Natur Auch wenn man sie nicht dort finden sollte Was ich jetzt aber noch am Ende probieren möchte Ist, was passiert Wenn ich das hier Also hier geht Ich kann damit auch rumlaufen Ins Feuer gieße Da bin ich jetzt sehr gespannt Ich meine, ich denke nicht, dass das jetzt so hoch geht Wie Spiritus oder ähnliches Aber ich glaube, dass das schon schön brennt Also probieren wir es mal aus Wisst ihr, der war Und es brennt noch immer Und es wird jetzt nicht lange so brennen Aber ja, das Feuer brennt richtig schwarz Das brennt auch noch Gut Also, auch wenn ich eben schon Tschüss gesagt habe Jetzt final an der Stelle Einen schönen Tag wünsche ich euch Lasst mir, wie gesagt, sehr gerne ein Abo Und einen Daumen hoch da Freut mich mega Und ja Das Abenteuer geht weiter Weil es einfach Spaß macht Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020